Nummer 18 Für mich ist gesunde Ernährung am wichtigsten. Und was ich toll finde, früher konnten sich nur Leute mit viel Geld Bioprodukte leisten. Heute gibt es biologische Produkte in jedem Supermarkt. Und man kann sie auch bezahlen. Und auch Biofleisch ist viel günstiger geworden als früher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017